moin leute hallo und willkommen zurück hier auf dem youtube-kanal qualix ruhe tieren zur neuen folge one block in minecraft und zwar heute wird es mal weiter gehen wir haben hier ein huhnei und ich werde jetzt wirklich ernsthaft schauen dass ich hier die dinge hier rein kriegt weil die nerven das ist ein wahnsinn falsche taste willst du dich runter kiko ich hatte mir vielleicht habe ich kein werkzeug ich habe werkzeug mehr holz spitzhacke längst nein du bleibst drin so es haben mal die kür wenigstens drin gut du magst auch rein magst dran die kuh kommt gut was mir überlegt habe wie wenn ich mal wissen was aufwärtig wenn hier einmal hier wunderbar hier hinten erweitern damit wir mal ein lager machen kleines haus eben plus ein lager wir haben hier wenig wenig zum bauen okay anwärme hier mal gut so wir machen was ein bild nein das wollte ich jetzt nicht stufen 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 sind aber gerade nicht sinnvoll hierbei wir machen das komplett anders wir haben erstens der baum ist gewachsen glückwunsch so hier werden man dann einfach mal dann nein ich würde gerne genau und hier macht man das ganze durch mach uns hier mal einfach mal hütteln haben hier 1 2 3 4 5 6 7 wenn man dich dorthin noch mal was macht das heißt wenn wir 8 1 2 3 4 5 6 7 und 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 machen wo wir dann unser haus hinkommt hier müsste ich ja eigentlich dann zu meinem haus wieder wandern sich glaubt was sind stufen hier nicht sinnvoller das ist mein groß überlegen gerade sind bitte nicht dem sei mach ich einfach mal die hälfte und hier machen wir stufen haben wir schon mal 24 nein lag mir das ganze mal zu mit da ist schwer für stufen sind nicht eine stu in stufen oder stufen ja das sind stufen denkfehler aufs größe gerade gehabt aber passt schon schon mal kriegen das wieder hier oder sagt es sagt schon dann haben wir hier mal und um hier weg und dann wird man weitergemacht ich habe eine weiße rolle ok jetzt haben wir zwei weiß wollen so gut ich trinke erde juhu erde vielleicht zum bauern benutzen wir haben hier ein hühnerei wartet man mal kurz hier so einfach trug trug fleisch kann man weg stock kann man weg reiches so dass er möchte ich gerne mal probieren so bis nichts passt hallo was starten du mich so vollkommen an wohnen sie zwar mit 16 18 ob sie es hier ausgezahlt sich heute sich beziehungsweise ich will es mal hoffen wenn ein problemchen aber es geht sich schön aus dann haben wir mal unsere grundform wunderbar haben die ich irgendwo leuchten natürlich haben wir es ja noch nicht wie kann ich aber nur aus da kann ich noch gar nicht hier ein lagerfeuer kohle habe ich nicht ich habe keine kohle gut dann wir behaupten wir wollen mal hier kurz das ganze weg damit fast noch unterfliegen ist nicht mitnehmen und danach nichts mehr haben das ist es besondere oder wie es dann kriegen wir es mal wieder erde scharf es hinüber im moment kann sich ja unten mal ein bisschen kurz sortieren damit wissen einfach für mich geht hier keine zeit verlieren nicht mit einem bett machen dann können wir jetzt endlich schlafen ach man kann sich mal glauben wie gut ich das gerade finde einfach nur zu schlafen zu können so was wir aber auf jeden fall machen müssen ist eine absperrung durchzuführen das was ich ja hier schon gemacht habe hier wirklich vollkommen rundherum apfel einer amt das ganze finde ich ist sicherlich auch ganz ganz wichtig spannung wo ich weiß zwei hühner sogar schon was ist haben wir hier auch auf gut dann haben wir mal kurz für uns die sache nein okay im baum können wir hier mal an pflanzen wunderbar taunen wie macht man noch mal den zorn zorni 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 bei ja gar nicht so bin ich nur grad zu lost so wenn man sagen wir mal hier so nein dann haben wir hier mal ganz ganz ruhig mit mit die tiere hier eben nicht runterfallen gut so so gut dann haben wir es mal ein bisschen sicher auch wenn wir hier die bisschen sorgen machen gut der chance punkt habe ich gleich hier so vielleicht brauche ich nicht einmal auf jeden fall das war es ja auch schon mal wir beginnen hier unser haus zu bauen alles ganz geil auch hier die sache mal eingeträumt aus alles wunderbar kann man sich gleich hier nicht mal beklagen auf jeden fall das war es mit one blog in minecraft wenn sie gefallen hat lasst gerne ein like ab und da wir auch gerne die glocke um nichts zu verpassen ich bin raus und sag tschau ich bin raus 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 Vielen Dank.